Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Watch WWE 2K14. Heute geht es wieder um eine Legende und zwar um King Kong Bundy. Wir schauen uns jetzt mal sein Entrance sowie sein Signature und Finisher an. Viel Spaß! Over the top, accompanied by Bobby, the brave Eden, introducing the Challenger. From Atlantic City, New Jersey, weighing 468 pounds, King Kong Bundy. Ja, relativ langweiligen Signature und Finisher hat der gute King Kong Bundy, aber macht ja nichts. Hierbei ist ein Match bei WrestleMania 2 gegen Hulk Hogan. Ja, also ich finde es mal wieder gut gemacht, originalgetreu mit Bobby the Brain Heenan, der Einmarsch zu WrestleMania 2. Ansonsten kann man da nicht viel zu sagen zu dem Ganzen. Das war es soweit auch schon von mir, bis zum nächsten Mal. Tschüss!